Übrigens, weißt du eigentlich, was Securities im Nudelnhaus machen? Äh, nein. Die passt da auch? Scheiße, Esther. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sandcool Retro FM Show. Wir reden heute von dem Lied von den Beatles in den Anfang 70er. Sie haben jetzt aktuell ein Album rausgebracht und, äh, wir sind an der Spitze der Grenze. Es ist die Frage, wie lange diese Band noch hält und wird sie für unsere Jugend gut sein heutzutage? Es ist eine sehr wilde Band. Sie haben Pilzköpfe als Haarschnitt. Das ist sehr, sehr katastrophal. Sie laufen über den Zebraastreifen sehr langsam und verhindern den Kraftverkehr. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir das wirklich machen wollen, meine lieben Damen und Herren. Oh, yeah! Alter, hier steht vor 13 Jahren. Ist das dein Ernst? Vor 13 Jahren wurde dieses Musikvideo gemacht für Twilight? Wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, so, naja, vor 5 Jahren ist das aus Twilight rausgekommen. Bin ich das? Wir verhungern gleich wieder, ne? Ja. Ich hab ne Kartoffel bekommen. Oh mein Gott. Steck sie rein. Steck sie da rein. Du hast sie einfach weggesnackt. Fahr jetzt! Das kann ich doch nicht bringen! Fahr! Gib Kass! Gib Kass! Oh Gott! Scheiße! Ah, ich merk das jetzt schon. Ah! Oha, das war knapp. Oha, nein! Oh, ich bin hier. Konnte ich hier runterfallen? Läh! Okay, nächstes Lied. Seid ihr bereit? So nah, egal wo wir auch sind. Es könnte kaum stärker von Herzen kommen. Vertraue immer darauf, wer wir sind. Und das ist alles, was zählt. Das ist korrekt. Nothing else matters. Oder Rammstein Engel? Nee, Piet, leider nicht. Es war Nothing else matters. Von Rammstein, äh, von Rammstein sag ich schon. Von Metallica. Oh mein Gott. Wie halte ich gut fest? Nein! Ich muss hier die Bünde umgeben. Dafür will ich schreien, die Faust fehlt vor. Ich, ich hol mal noch. Oh Gott, da bin ich mir erschreckt. Lass los! Lässt du? Bö, 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 hallo? Böse? Böse? Bö, bö, bö. Äh, der hat ein Viertel Floß gegessen. Der hat ein Stück vom Floß weggegessen. Ich hab ein Problem, mein Haken ist irgendwie kaputt. Dali, ich bin angeleint. Hallo? Hallo, hier bin ich. Huhu. Komm ich holen. Ja. Das war nicht weit genug. Das war nicht weit genug. Erst mal kurz was. Keinen Orangensaft, weil dann würde es mir, glaube ich, richtig schlecht... Junge, diese Flasche, die ist offen. Die war schon mal offen. Alter, wie kann das sein? Oh, scheiße. Au! Seht ihr das? Das ist meine Hand. Talk to the hand. Hetzfeld, der Jung sagt, ich hatte mal eine 30 Zentimeter große Lara Croft-Figur. 30 Zentimeter, so? Okay. Und hier einfach das Wohnmobil aus Breaking Bad. This is my own private domicile and I will not be harassed. Ah ja. Bitch. Ähm, Divi. Ja? Divi. Was denn? Da ist ein riesiger Vogel. Und der hat einen Stein genommen und den Stein auf meinem Kopf fallen lassen. Okay. Einfach so random. Dieser Kackvogel. Äh, Goldmünzen, die du bekommst. Würfel bitte eine 42. Moment, versteht das W für Würfel? Das W steht für Würfel. Oh, das ist eine Erkenntnis des Tages. Warte, wow. Steht für Wikipedia. Ja, true. Yes! Geil! Oh, Junge, war das gut! Kannst du sein, dass es geregnet hat gerade? Es regnet ja jetzt gerade. Ach, mein Gott. Oh, das ist schön, dass es regnet. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Ich muss an den Bro. Hallo, Freunde. Hallo. Da ist es vorbei. Ja, 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 ja. Oh, du bist tot. Come on. Was soll das? Finish him. Djendo, töt ihn. Nicht mich. Genau, dann wieder hier noch ins Haus reinkommen. In Andalusien gab es wilde Döner-Tierherden. Unzählige. Wird unterdrückt, das ist wie so vieles aus dem Mittelalter. Man sagt ja, das ist die dunkle Zeit, was vieles Wissen verschüttet wurde. Einfach Informationen verbrannt, insbesondere über Döner-Tiere. Die Sonne erscheint. Hat es wieder geregnet? Ach, oh mein Gott. Hör nicht auf mich. Ja. Ja. Ich gratuliere. Sick? Hä? Sick? Hä? Okay, ist ja auch egal. Und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Kannibal, Holocaust und Ultra-Wixens. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt, das auszusprechen. Meine bessere Hälfte hat auch noch die Filas. Sind denn Filas? Filar. Ruhe. Ah, Filz! Bei mir hieß es damals Filz. Heißt das Filar? Hahaha! Ich hoffe, das heißt Filz. Mutti! Ich muss kurz verkleine Hexen! Das ist zu viel Aufregung! Im Horrorfeld gibt es keine verrückten Hexen. Ja, aber dieses Echo und... Pupp! 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 Eine Nummer 9. Eine 9 ist in Summe eine 15, das trifft. Jackpot Bruder! Ja man! Ono Baby, Ono! Gute Aktion. I saved you, darf ich Arsch sagen oder, oder hinter載laden oder wie sag so? Nächster Halt. Lost MC. Zu ihrer rechten Seite. Arschlöcher. Scheiße vocal. Ohne, ohne jetz. Gegen Rammstein oder so, weil ich liebe die.... Seitdem, seitdem meine Mutter mir mit 7 verboten hat die zu hören, liebe ich sie. So. Hattest du in Ordnung? Wo ist das Taxi? Wieso? Ja genau, der stand ja auch die ganze Zeit. Ich hasse sowas richtig doll. Ich verarbeite das gerade. Wenn ich... immer wenn ich mein Schafes esse, habe ich dann einen Schluck auf. Weißt du, weißt du, Divi? Divi? Ja? Ich finde es so schön, hier mit dir zusammen zu verhungern. Schau, es sieht so schön aus. Es ist wirklich schön, ja. Ja, es ist... Mit niemandem würde ich gerade hier lieber verhungern als mit dir. Lubricate your index finger and tell the patient you are going to insert your finger into his rectum and that it will be cool. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich will mit dir. Ich will mit dir. Ich will mit dir. Wie doof ich das auch? Man darf auch ein bisschen Mitleid mit mir haben. Darf ich dich ja? Wegen was denn? Ja, wieso? Freue ich mich auch gerade. Ach, Samstagabend mit zwei zauberhaften jungen Frauen. Und du willst Mitleid. Stimmt mit dir nicht. Herzlichen Glückwunsch. Kommt nach vorne. Oh, Tracy. Oh, Tracy. Oh, Tracy. Oh, Tracy. Oh, Tracy. Glückwunsch. Drogen. Ich liebe Drogen. Drogen. Ey, alleine wenn ich das jetzt schon erleben würde, ne? Ich würde einfach... ...nach Hause gehen. Oh, mein Gott! Okay, das hat mich erwischt. Jetzt stellen wir uns einfach an die Wall dran. Und er setzt die Wall unter uns. Dann werden wir alle über die Wall rüber gepusht. Okay, ich aim direkt geradeaus durch. Ja, läuft. Läuft. Unmögliches ist manchmal möglich. Okay, hab grad gesehen, wie dumm das aussieht. Ich mach's. Okay. Unmögliches ist manchmal möglich. Okay, wir müssen jetzt an dem Dude vorbei. Okay, wir müssen jetzt an dem Dude vorbei. Okay, wir müssen jetzt an dem Dude vorbei. Holy! Holy! Okay. 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 Hi, Bruce. Ne, das darf er doch essen. Ach, das darf er essen? Das ist das doofe Teil. Das hässliche Teil. Ich hab grad extra schon... Oh, da ist unser Anker dran. Nein! Nein! Wirklich? Ja, da war unser Anker drin. Ja, tschüss Insel! Nein! 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 Ich find die Tasse halt geil, ne? Die ist echt stylish, aber dieser Henkel ist absolut unergonomisch. Passen deinen dicken Griffen nicht durch, wollte ich sagen. Liegt dich besonders gut in der Hand. Du musst den anders halten. Ich hätte auch so halten können. Was hältst du davon? Bildkatz bestellen. Ach so. So ein Ding ist das. Hat ja nicht gezeigt. Hallo, ich baue nicht so viele Unfälle, wie man... wie er das sagt. Ja? Waaah! Waaah! Dann machen wir das so. Der war gut! Den Move hatten wir auch noch nicht gesehen. Ja, true. Oh mein Gott, wie süß ist das? Der Bütze! Ich hole gleich. Ich wollte mit 13 Jahren auch unbedingt Schlagzeug lernen. Obwohl ich ein extrem unmusikalischer Mensch bin. Und ich hab geguckt auf Ebay, Schlagzeug und wann... was kostet das so? Hab ich ein günstiges gefunden. Hab ich gedacht, das kann ich mir leisten. Das kaufe ich. Dann kam es an und es war ein Kinderschlagzeug. Es war einfach so, so groß alles einfach. Es waren sehr kleine Drums. Aber ich hab irgendwie trotzdem gedacht, ich könnte darauf lernen Schlagzeug zu spielen. Fun Fact, konnte ich nicht. Ich mach Eis als Baby, gell? Ja. Okay, pass auf. Ich check auf die krasse Krähe. Ich check gleich in ihre Nähe. Ich spring auf ihren Hals drauf und schlitz ihr die krasse Kehle auf. Die krasse Kehle, die kriegt von mir Fett. Das findet sie halt überhaupt nicht nett. Plötzlich ist überall das Blut. Und das finden wir alle mega gut. Dicker Safe Krähe Kids. Ladies and Gentlemen. Oh mein Gott. Danke, Mann. Das war nice, Stefan. Nice. Das war's.